Alles, was ich jetzt hier präsentiere, ist vor allem aus Sicht der Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner, die entweder in der Präklinik oder heute in den interdisziplinären, interprofessionellen Notaufnahmen ihre Tätigkeit tun und zwar über alle Grenzen hinweg, egal welcher ursprünglichen Fachrichtung her sie kommen mögen. Im Anästhesisten 2004 schon publiziert wurde, dass 20% der Notärztinnen und Notärzte ängstlich sind bei dem Begriff geburtshilfliche Notfälle. Der größte Angstgegner für Notärztinnen und Notärzte ist das kindliche Notfallszenario, wobei insbesondere unter Berücksichtigung der präklinischen Geburt ja auch sehr schnell aus der geburtshilflichen Notfallsituation die des Kindes werden kann, was diese Ängste vielleicht begründet. Und so ganz unbegründet ist es nicht. Auch hier publiziert im Anästhesisten deutsche Daten 5,6% perinatale Letalität bei Geburten im Rettungsdienst. Und das lässt einen wirklich zurücktreten und sagen, okay, kann man nicht vielleicht sogar sagen, die ungeplante außerklinische Geburt an sich ist bis zum Beweis des Gegenteils ein Notfall. Letztendlich ist es so, dass Notfallmedizin ein extrem dynamisches Umfeld ist. Ich bin selbst Vater und kann sagen, es gibt natürlich keine schöneren und gesetzteren Situationen einer geplanten Geburt im normalen Umfeld eines Kreissaals, was sich total unterscheidet von der ungeplanten Geburt im präklinischen Umfeld. Das Umfeld ist unklar. Es kann ein Wohnzimmer sein, es kann der Rettungswagen sein, es kann das Badezimmer sein. Man kennt sich dort nicht aus. Es kann total eng sein. Die Mannschaft passt überhaupt nicht in diesen Raum zu der Patientin. Es fehlt die Routine in diesem Einsatz. Häufig kennen sich die Teams nicht, die sich vor Ort bei der Patientin treffen. Angehörige sind im Raum aus einem Kreissaal heraus. Den besorgten Mann und zukünftigen Vater zu bitten, kann vielleicht einfacher sein, aber aus dem eigenen Wohnzimmer heraus zu komplementieren, stellt nochmal in besonderen Situationen auch eine besondere Herausforderung dar. Die Patientin an sich hat eine Stresssituation, die man nicht kennt. Man weiß nicht, ob mit dem Kind in dem Moment alles in Ordnung ist. Die Vorbefunde sind nicht klar. Es hat keine Prämedikation stattgefunden und man arbeitet normalerweise mit Material, das nicht dem Alltag eines Notfallmediziners oder einer Notfallmedizinerin entspricht. Und in diesem dynamischen Umfeld der notfallmedizinischen Versorgung ist es natürlich enorm wichtig, dass man arbeitet durch ein ganz wichtiges Instrument der Notfallversorgung, nämlich durch Reduktion. Durch Reduktion der verschiedenen Einflüsse, die auf uns einprasseln, um eine Klarheit zu gewinnen und damit Herr der Situation zu werden, egal wie dynamisch sie sein möge. Und das macht man in der Notfallmedizin seit jeher durch Struktur. Und weil ich natürlich heute als Notfallmediziner nicht den gestandenen, geburtshelfenden Kolleginnen und Kollegen geburtshilfliche Medizin beibringen möchte, dachte ich, es sei vielleicht spannend, mich auf diesen Teil zurückzuziehen. Welche Klarheit gewinnen wir durch welche Struktur? Und hier gelten zwei goldene Regeln. Und die erste heißt, treat first what kills first. Wir haben grundsätzlich eine Notfallmedizinische Versorgungsstruktur, die darauf ausgerichtet ist, erst das zu behandeln, was am ehesten umbringt. Und die zweite goldene Regel ist do no further harm. Wir versuchen es nicht schlimmer zu machen, als es ohnehin schon ist. Dadurch, dass wir unsere Grenzen kennen und unsere Maßnahmen auf das Wesentliche reduzieren, um keine Maßnahmen, in denen uns Routine fehlt, durchzuführen und es dadurch vielleicht noch schlimmer zu machen. Und in dieser Philosophie folgend, habe ich Ihnen heute meine persönlichen fünf Tops und fünf Flops in der Notfallmedizinischen Versorgung geburtshilflicher Notfälle mitgebracht. Das sind nicht allgemeingültige, es sind meine. Und ich bin ganz gespannt, ob Sie da mitgehen können. Und damit die fünf Tops der Notfallmedizinischen Versorgung geburtshilflicher Notfälle. Top Nummer eins, Reduktion auf das wesentliche Ziel. Und ich habe nur ein Ziel in meiner Notfallmedizinischen Versorgung. Und dieses Ziel ist es, die Patientin unter Darreichung eines ausreichenden Sauerstoffangebots, das sich aus Herzzeitvolumen, Hämoglobin und Sauerstoffsättigung, wir reduzieren das hier gerade in der Formel ein wenig, darstellt. Wir gucken, dass Herzzeitvolumen, Hämoglobin und Sauerstoffsättigung uns die Zeit verschaffen, um die Patientin, kreisend oder nicht, in das beste medizinische Versorgungsumfeld zu transportieren, das wir in Deutschland haben. Und das Umfeld für eine Geburt ist der Kreißsaal und der OP. Und wenn wir dieses eine Ziel im Auge behalten, dann verfolgen wir dieses Ziel auf einem ganz klaren Weg, dem Weg, der ABCDE heißt. Eine Struktur, mit der sich alle Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner auskennen und diesen Weg stringent gehen werden, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Sie kennen es vielleicht aus dem Studium oder aus Ihrer persönlichen notfallmedizinischen Ausbildung. ABCDE steht eigentlich für Airway, Breathing, Circulation, Disability und Exposure and Environment. Darauf gehe ich gleich ein. Aber bezogen auf die Geburtshilfe kann man daraus auch das ABCDE der Mother machen, Birth Status, Childbirth, Detect Baby Status and Issues und den Emergency Transport. Bei dem ABCDE der Mutter werden wir grundsätzlich uns um die Atemwege kümmern und schauen, ob die Atemwege auch wirklich frei sind. Denn das ist Grundvoraussetzung, dass es der Mutter gut geht, dass der Bettsauerstoff seinen Weg bis in die Lungen finden kann und es damit auch dem Baby gut geht. In dem Bereich der Atemwege schwingt natürlich auch ein bisschen die Sorge mit, dass es sich um einen schwierigen Atemweg handeln könnte. Zehnfach erhöht ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen schwierigen Atemweg bei den Schwangeren handelt, im Vergleich zu nicht-schwangeren Patientinnen und Patienten. Das ist dadurch bedingt, dass durch hormonelle Veränderungen Ödeme entstehen, die durch Blutung verbessert wird, Blutungssituationen im Mund-Rachen-Raum eher entstehen können. Und gleichzeitig haben wir die Sorge, dass durch den Zwerchfellhochstand, der entsteht und einen erhöhten intragastralen Druck mit erniedrigtem pH der Magensäure auch die Aspirationsgefahr höher wird, wenn eine Notfallnarkose eingeleitet werden muss. Zwar ist in Deutschland die Aspiration bei Schwangeren so in etwa bei 0,07 bis 0,09% extrem niedrig, aber das ist der Ertrag für einen hohen Preis, nämlich volle Konzentration auf die Fähne, Hinderung von Aspirationen bei Einleitungen von Narkose. Und das ist bei elektiven Narkosen nochmal ganz anders als bei der Notwendigkeit einer vielleicht notwendig werdenden präklinischen Narkoseeinleitung. Die reduzierte funktionelle Residualkapazität, also unserer Lungentanks, macht uns Sorge, weil dadurch, selbst wenn wir vor der Narkoseeinleitung viel Sauerstoff geben, uns verringerte Zeit bleibt, um die Intubation wirklich durchzuführen, bevor der Sauerstoffgehalt abfällt. Bei C, für Zirkulation, haben wir es mit den natürlichen Veränderungen während der Schwangerschaft zu tun. Das Blutvolumen ist erhöht, wir haben eine erhöhte Vorlast, allerdings sind die Gefäßwiderstände erniedrigt, wir haben eine erniedrigte Nachlast und damit wesentliche Veränderungen auf das Kreislaufsystem, was wir insbesondere dann verspüren, wenn wir die Narkose einleiten und die Vorlast senken. Das ist häufig assoziiert mit einem deutlichen Abfall des Blutdrucks, den man adressieren muss, um nicht nach Narkoseeinleitung eine schwerwiegende Hypotomie mit Folgen für Mutter und Kind in Kauf zu nehmen. Klar ist, dass wenn wir die Narkose einleiten müssen, im Rahmen unseres ABCDE-Konzepts, das nach einer modifizierten Schnelleinleitung nach schneller Narkose mit schneller endotrachialer Intubation durchführen und dass auch hier die goldene Regel der Notfallmedizin gilt und die heißt Resuscitate before Intubate, das heißt wir werden immer versuchen, eine stabile Kreislaufsituation so gut es geht herzustellen, bevor wir die eigentliche Narkose einleiten und damit den Kreislauf noch weiter kompromittieren. B ist der Birth Status. Wir gucken, so gut es geht und so gut ein Notfallmediziner das kann, wie weit der Geburtsvorgang ist. Und hierbei haben wir nur die klinischen Kriterien, die aus den allgemeinen und auch ein bisschen mit dem gesunden Menschenverstand einhergehenden Aspekten verbunden ist. Handelt es sich um eine Erstgebärende oder um das dritte Kind? Wie sind die Wehen in ihrem Intervall? Wie ist die Intensität? Wir achten auf die Mimik unserer Patientinnen und achten auch darauf, ob sie zum Beispiel während der Anamnese und den Wehen die Sätze unterbrechen müssen, weil sie nicht mehr kommunikationsfähig sind und vielleicht sogar die Bauchpresse schon einsetzen oder nicht. Wir achten auf die klassischen Red Flags der Geburtshilfe und schauen, ob wir es uns noch leisten können, die Patientin einzuladen und zu ihnen ins Umfeld des Kreißsaals und der Klinik zu fahren oder ob wir aufgrund des fortgeschrittenen Geburtsvorgangs jetzt gezwungen sind, vor Ort zu bleiben und die Geburt mit zu begleiten. Also, Birth Status soll eigentlich nur die Frage beantworten. Scoop'n'Run oder Stay & Play? Wenn wir uns für Stay & Play entscheiden, kommt Childbirth als der nächste Punkt. Wir bereiten uns vor mit dem Material, das uns präklinisch und vielleicht auch in einer Notfallaufnahme zur Verfügung steht. Und wir haben Kenntnis über die gängigen Manöver. Was Sie von uns als Beispiel nicht sehen werden, ist der Versuch irgendwelcher inneren Manöver oder ähnlichem. Das impliziert sofortiges Einladen, vielleicht auch unter Tokulüse und den Transport in die nächstgelegene geeignete Klinik unter Voranmeldung, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt und wie der aktuelle Status ist. Wenn das Kind geboren worden ist, sind auch wir insoweit. Wir schauen uns den Baby-Status an, nach dem klassischen Abgasschema, gucken, ob wir es mit einer Baby-Reanimation, einer neugeborenen Reanimation zu tun haben und würden die Teams in zwei strategische Teams aufteilen, ein mutterversorgenes Team und ein neugeborenes Reanimationsteam in der guten Hoffnung, dass wir in einem Umfeld sind, das zusätzlich noch ein Kinder-NRW hinzuziehen kann in das präklinische Feld, um diese Expertise vor Ort zu haben und die neugeborene Reanimation anleiten zu lassen. Und ist dies erledigt, dann handelt es sich um den Emergency Transport als nächstgelegener großer Schritt unter Vorankündigung in die Klinik. Sie sehen, dass diese ABCDE-Welt uns auf allen Wegen, in allen Aspekten sehr wohl mit begleitet und wir uns darauf konzentrieren, diese Struktur und Stringenz nicht zu verlieren und dabei nutzen wir auch andere notfallmedizinische Taschenspielertricks, die uns im Alltag begegnen, egal ob im Schockraum oder außerhalb des Schockraums in dem präklinischen Setting und das ist die sichere Kommunikation, die auch in geburtshilflichen Notfällen bei uns eine wesentliche Rolle spielt. Die großen Aspekte dieser Kommunikation ist das Vorausdenken, das Antizipieren im Vorhinein, das Sagen, was man gleich benötigt und nicht, was man jetzt braucht, um Ruhe im Team ein Stück weit sicherzustellen. Wir vergleichen das mit einem Dirigenten, der sagt, was er gleich braucht von der ersten Geige und nicht, was er jetzt benötigt, denn dann wird man immer einen Takt zu spät sein. Wir fordern Hilfe nach, wobei wir Geburtshelfende Geburtshelfende nicht in die Präklinik ziehen, denn ohne Material vor Ort sind sie häufig genauso machtlos wie wir, sondern wir versuchen, die Hilfe vorzubereiten innerhalb der Klinik oder durch frühzeitige Alumierung eines Kinder-NRWs, wenn es notwendig ist. Wir kommunizieren sicher und effektiv, wir sagen laut dem Team, trotz einer bestehenden Hierarchie, was uns bewegt und in welche Richtung wir gehen sollten und wir benutzen hierbei die Closed-Loop-Strategie, denn das, was ich als Führender in einem Schockraum oder in einem Notarztwagen denke, ist noch lange nicht gesagt und das, was ich sage, wurde nicht gehört und das, was gehört worden ist, ist nicht verstanden und damit es von meinem Kopf über den Mund in die Ohren und das Gehirn sowie die Hände der Helfenden kommt, haben wir diesen Satz im Blick und machen eine klare Kommandostruktur in dem Feed-Forward, in dem wir sagen, was wir brauchen und in dem Feedback von denjenigen, die mich gehört haben, die Anordnung wiederholen und entsprechend durchführen. Wichtig hierbei ist, dass es vielleicht Leute gibt im Team, die viel erfahrener sind als die eigentlich leitende Person und die kann dann auch vorsichtig die Führungsrolle übernehmen oder ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit sein. Die Sätze, die Sie hier sehen, sind die Sätze des Crew Resource Managements aus der Notfallmedizin und Ihnen ganz sicher schon bei einigen Kreißsaaltrainings begegnet, um eine sichere Kommunikation in der Notfallsituation tatsächlich sicherzustellen. Bei jeder kleinen Maßnahme, die wir durchgeführt haben, rekapitulieren wir im Team, verteilen die Arbeitsbelastung, insbesondere nach Geburt, um ein Team sich auf das Kind oder eins auf die Mutter konzentrieren zu lassen, so dass Arbeitsverteilung wirklich gleichermaßen stattfindet, keine Überforderung dargelegt ist und alle Ressourcen wirklich genutzt worden sind. Top 4 Ja, ich weiß, das ist nicht richtig cool, aber ich sage meinen Mitarbeitenden immer, die 80er Jahre sind vorbei, man muss nicht alles auswendig wissen. Wenn wir einmal in drei Jahren einen geburtshilflichen Notfall versorgen und geburtshilfliche Notfälle sind jetzt nicht so oft in der Notfallmedizin, dann ist es keine Schande, sondern ein Zeichen guter Vorbereitung, wenn man Merkhilfen hat und diese Merkhilfen auch benutzt. Ich als Beispiel in der Präklinik liebe meine Rettungsdiensthose mit dem offenen Feld am Bereich des Oberschenkels, in dem die Notizen der Notfälle, die nicht häufig vorkommen, bereits vorbereitet sind und ich mir diese Merkhilfen zunutze machen, um in jeder Situation gewappnet zu sein, denn wer vorbereitet ist, ist für die Patientinnen da. Top 5 Arbeiter am Mindset für Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner in solchen Ausnahmesituationen extrem notwendig und wichtig und ich zeige Ihnen ein dramatisches Beispiel, denn schlimme Dinge können passieren und das wissen Sie auch. Wir kommen in ein Umfeld in der Präklinik, es handelt sich um eine Situation, in der eine leblose, schwangere Person am Boden liegt und hier ist der Deal der Deal. Im Zweifel retten wir die Mutter und die Leitlinien fordern einiges von uns ab und ich hoffe, dass es niemals jemand entscheiden muss und oder sogar durchführen muss. ERC und auch AHA sagen, wenn das Gestationsalter über 20 Wochen ist oder der Uterus auf Nabelniveau tastbar, dann soll die sofortige Renovation eingeleitet werden. Ist nach vier Minuten keine Wiederkehr des Spontankreislaufs gelungen, sieht diese Renovation eine Crashsexte vor. Mit einem großen Schnitt, dem sofortigen Eröffnen des Uterus und des Abnabeln des Kindes und der dramatische Gedanke, das wissen Sie besser als ich, insbesondere in der Präklinik, wenn das Gestationsalter erst 20 Wochen plus X ist, ist die Rettung der Mutter, weil man davon ausgeht, dass durch die kompromittierende Situation der Gefäße Aorto, Kaval diese dramatischen Schritte notwendig sind. Das wird das Team aber niemals machen, wenn es nicht ein Mindset hat und sich darauf vorbereitet, geistig, dass das notwendig sein kann. Es übt in Simulationstrainings und versucht damit auch emotional ein Stück weit umzugehen, denn es ist nicht unser Alltag. Flop Nummer 1 Shishi statt Basics Das bedeutet, dass wir versuchen, uns auf das zu beziehen, was wir wirklich beherrschen. Ein Notfallmediziner wie ich wird zum Beispiel während des Geburtsvorgangs keine vaginale Untersuchung durchführen, denn ich wüsste mit dem Befund, um ehrlich zu sein, nicht allzu viel anzufangen. Ich weiß aus dem Studium sehr wohl, dass das gemacht wird, aber es hat mit meinem Alltag nichts zu tun und damit per se auch keine therapeutische Konsequenz. Auch andere Handgriffe, die meinem Alltag nicht entsprechen, werden wir aufs Wesentliche reduzieren und wir fangen zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten nicht aus Sicherheitsgründen an, erweiterte Zugänge wie zentrale Zugänge zu legen, nur weil wir glauben, dass es eine gute Idee sei. Wir reduzieren unsere Maßnahmen auf das, was notwendig ist und alles das, was man verzichten kann, darauf wird verzichtet. Flopp Nummer 2 An irgendetwas ziehen Im geburtshilflichen Notfall zieht der Notfallmediziner besten Fall an gar nichts, weder an Nagelschnüren noch an irgendwelchen Kindsteilen, die schon rausgucken. Wir unterstützen den normalen Geburtsvorgang und deswegen ist eine Red Flag an etwas zu ziehen. Flopp Nummer 3 Das verzögerte Abnabeln Ich glaube, das wird heute nochmal Grund zur Diskussion, weil es gibt natürlich auch viele Argumente dafür, das zu tun, aber ich nehme Sie kurz mit auf meine Reise in einen kleinen Rettungswagen, in dem die ganze Mannschaft gar keinen Platz hat. Wir sind zu 5 plus Patientinnen in einem RTW, wir entbinden in einer Notfallsituation ein Kind, vielleicht auch gar nicht mit normalem Geburtsvorgang, schlechtesten Fallbecken, Endlage oder ähnliches. Wir wissen nicht, ob das Kind, das rauskommt, tatsächlich in seinem Abga 1, 5, 10 diese Werte mitbringen wird, die wir uns wünschen oder ob wir es ab dieser Sekunde mit zwei Patienten zu tun haben. Um die Teams aufzuteilen, genug Platz für die Versorgung zu haben, ist es notwendig, dass wir zur Not das Kind von der Mutter entfernen können. Und die stringenteste Struktur hier ist auch stringent den Abnabelungsprozess durchzuführen, damit sich dann zur Not zwei Notfallteams um zwei Patienten kümmern können. Flop Nummer 4 warten auf die Nachgeburt. Wir verzögern nicht den Transport zu ihrer Expertise in Kreißsaal und OP. Wir würden nach Sicherstellung der regelrechten Entbindung bestenfalls unter supportiven Therapiemaßnahmen die Patientin schnellstmöglich in ihre Umgebung bringen. Und Flop Nummer 5 verlassen Notfallmedizinischer Grundprinzipien. Wir machen das, was wir jeden Tag machen, gut. Und das machen wir nicht gut, was wir nicht jeden Tag tun. Und deswegen versuchen wir und insbesondere ich als Notfallmediziner bei notfallmedizinischen Grundprinzipien zu bleiben und diese stringent zu verfolgen. Ich habe versucht, ihn ein Stück weit heute durch eine Struktur, die Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner stringent zu verfolgen, versuchen klarzumachen, wie wir so ein bisschen miteinander reden und funktionieren. Denn ganz häufig hatte ich schon die Situation, dass dann doch Geburtshelfende in den Schockraum dazukamen und wir als Team von der Situation an mit ABCDE-Sprache versucht haben, das Beste für unsere Patientinnen und Patienten rauszuholen. Und anstatt ihnen heute die verschiedensten Diagramme an den Tag zu legen, wollte ich diesen kleinen Kick-Off-Vortrag heute nutzen, um ihnen dieses ABC mit meinen persönlichen 5-Tops und 5-Flops etwas näher zu bringen. Über Shishi statt Basics, wir ziehen nicht an irgendwas, verzögernes Abnabeln kann sinnvoll sein, aber vergessen Sie nicht die besondere notfallmedizinische Lage in der Präklinik. Wir warten nicht auf die Nachgeburt, um den Transport zu verzögern und die Patientin in ihre Expertise zu bringen und wir verlassen keine notfallmedizinischen Grundprinzipien. Währenddessen verfolgen wir ein Ziel, nämlich das des ausreichenden Sauerstoffangebots und des raschen Transports in die Klinik unter Einhaltung von ABCDE. Wir kommunizieren hierbei sicher, verwenden Merkhilfen und wir arbeiten täglich an unserem Mindset. Ich sage vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören. Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020